Hallo meine Lieben, ich wende mich heute mit einem Video an euch, weil wir eure Hilfe brauchen. Wir haben in letzter Zeit, also seit wir angefangen haben, jetzt mittlerweile schon über 140 Videos veröffentlicht, aber unsere Aufrufzahlen und unser Wachstum bleibt leider sehr gering. Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht und haben uns überlegt, wie wir uns verbessern können. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir eure Hilfe brauchen, denn schließlich machen wir unsere Videos ja für euch. Deshalb haben wir auch ein paar Fragen an euch. Also, unsere Fragen an euch. Erstens, was wollt ihr sehen? Wollt ihr den Alltag im Vanlife sehen? Oder wollt ihr besondere Orte, die wir besuchen sehen? Oder wollt ihr zum Beispiel von mir Kochvideos sehen? Oder von Flo technische Videos? Oder wollt ihr vielleicht etwas ganz anderes sehen? Wir sind für alles offen. Zweitens, wie lange sollen unsere Videos sein? Wollt ihr eher kurze Videos oder wollt ihr eher längere Videos? Und drittens, welches Format sollen unsere Videos haben? Wollt ihr eher Videos, wo wir nur die Natur zeigen? Oder nur das Außen zeigen, ohne dass wir uns selber zeigen? Oder wollt ihr Videos mit Fotos? Oder wollt ihr nur Fotos mit Text? Also, ich meine, der Text ist sowieso überall optional dabei. Oder wollt ihr Videos, wo wir, so wie diese andere Vanlife auch machen, so diese Vlogs. Also, wo wir dann in die Kamera sprechen und wo wir euch dann erzählen, was wir so den ganzen Tag erleben. Wie hättet ihr es gerne? Bitte seid so lieb und schreibt uns die Antworten entweder in die Kommentare oder, wenn es jemand etwas persönlicher haben möchte, auf unsere E-Mail-Adresse, die wir unter dem Video verlinken. In diesem Sinne, danke, danke, danke schon mal im Voraus für eure Antworten und für eure Anregungen und ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke, ciao!